Ich hab keine Lust mehr, also. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge der Skywars auf meinem Kanal. Heute einfach mal Skywars, weil ich keinen Bock mehr auf Badwars habe, keinen Bock auf Timo L1 gegen Geist habe. Und auch keinen Bock auf Spiel-Oase habe. Und warum? Erzählt euch doch im Laufe der Runde, denn wir versuchen jetzt erstmal hier halbwegs vernünftigen Stuff zu bekommen, damit die Runde endlich mal was wird. Das wäre echt schön. So. Ich hab jetzt keinen Bock, mit diesem Gumbly-Kirk weiterzuspielen. Deswegen auch in die Mitte. Na, der scheint hier schon alles gelöstet zu haben. Nein, nein, nein. Och, komm, Alter. Da ist auch schon einer drin. Wieso gehen die Hits nicht durch? Kein Grund, dass der Hit nicht durchgeht. Bitte. Alter. Oh mein Gott, das ist ein Hupenzeug. Das ist ein Hupenzeug. Ihr habt meine Beleidigung nicht gehört. Okay. Super, darauf einigen wir uns schon mal. Als allererstes. Ich bin einfach nur noch gerade mad. Ich erkläre euch jetzt auch den Grund. Eigentlich sehr verständlicher Grund. Alter. Ich will doch nur in Ruhe erzählen. Und der nächste Eker. Fuck you. Okay. Kann ich jetzt erzählen? Oder kommt noch einer? Nein. Alle Ruhe. Super. Ne, da kommt der nächste. Okay. Äh. Ja, ganz einfache Geschichte. Ich versuche seit gefühlt Stunden eine Aufnahme rauszuhauen. Ich bin schon im Stress, dass ich nicht viel Zeit habe, eine Aufnahme zu machen. Diese verfickte Zaun, ey. Ähm. Und dann kommt dreimal hintereinander Hacker im Bad Wars. Dann will ich Timore eins gegen eins aufnehmen. Lack der scheiß Server. Also, überhaupt nicht spielbar. Denke ich mir, okay, gehst du auf Spieloase? Machst du ein Video auf Spieloase? Junt keiner in die Runde. Denke ich mir, okay, gehst du auf Gommel? Nimmst du Sky Wars auf? Und das ist jetzt auch schon die dritte Aufnahme in Sky Wars, die ich versuche aufzunehmen. Und mittlerweile ist es mir komplett egal, ob es jetzt was wird oder nicht. Ich will einfach nur diese ekelhafte Aufnahme beenden. Bitte! Ich habe einfach nur nicht Zeit gehabt, vorzuproduzieren. Verzeiht es mir doch. Mann. Okay. Kriegen wir es jetzt hin? Diese Aufnahme mit einem Sieg zu beenden und nicht zerheckt zu werden. Das wäre wunderbar. Tut mir leid, dass ich abgefuckt bin, aber ich habe keine Lust mehr. Ah! Mein Name, Galle! Ich fast bridge jetzt auch extra nicht. Ich weiß, dass ich bei meinem Glück eh wieder feile. Und er hat Kaninchen. Okay. Der nächste kommt da auch. Er hat da auch noch. Ich brauche eigentlich die Supes. Ich glaube, die Supes runter, dass er die auch nicht bekommt. Ist mir jetzt egal. Feier deine Aktivität mit einem Abonnent. Danke, dass du ein Abonnent bist. Aber bitte von mir ist mir jetzt nicht die Aufnahme. Bitte! Chris, gehen raus an dich, bro. Und dann kann ich das nicht mit einem Abonnent. Was ist der andere? Und dann kann ich das ja sein. ich glaube, es ist der andere Das wäre so korrekt, wenn er jetzt wirklich die Mitte als 1 gegen 1 Schauplatz nimmt, das wäre echt korrekt. Ich finde es immer, wenn einer von oben kommt und der andere... Also ich warte erst, bis er Mitte ist, ich mache das jetzt komplett fair, weil er einfach auch fair ist, weil er ein toller Typ ist. Ja... Und jetzt hol uns einfach diesen verpissten Sieg, man. Ich habe einfach nur Bock zu gewinnen. Hier ist auch schlechtere Rüstung genommen, dass wir so etwas mehr auf einem Level sind. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Oh, das war gut gespielt von ihm. Ich setze mich selber im Web-Ich, Idiot! Oh mein Gott, GG! Ich habe keine Lust mehr jetzt aufzunehmen, tut mir leid, ey! Ich will einfach nur noch dieses Video rendern und dann ins Bett gehen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem Video, auch wenn ich mich nur aufgeregt habe, tut mir leid. Man sieht sich morgen wieder hoffentlich und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen! Tschö! Mit Ö! Weil du nächst? наяwirtschaft. Ä Untertitelung des ZDF, 2020